Leute, wenn die jetzt gerade die ganze Bewohner vernichten bzw. ausrotten und so, was passiert mit unseren Sidequests? Was passiert mit denen? Waren die aufgespiesst? Oh, Kopfhoppis aussieht. Hätte ich bloß dich gefragt. Der da gehört uns. Homs? Achso stimmt, Homs sind ja unsere Rasse. Alter, die fressen uns. Den packen wir zu zweit. Was geht's Ryan? Hab ich gerade gesagt zu zweit? Bin ich doof? Ihr seid doch alle bei mir. Gruppenmitglieder, das ist okay so. Hab ich nichts daran auszusetzen. Mechon Schaden zufügen. Einem umgeworfenen Mechon kann jedes Gruppenmitglied Schaden zufügen. Schwangende Mechon umwerfen. Techniken mit Zusatzeffekt schwanken. Status Schlier-Effekt. Techniken mit Zusatzeffekt umwerfen. Status umkehren. So jetzt darum. Greife den Gegner mit einem Drehschlag an, um ihn ins Schwanken zu bringen. Warte dann, bis Ryan mit so einer Technik Niederschlag umwirft. Ah, der Drehschlag. Alles klar. Wo ist der Drehschlag? Hey, ich hab den Drehschlag gar nicht mehr drauf. Äh. Äh. Hallo, ich möchte gerne einen Drehschlag anwenden. Wenn's vielleicht mal gehen würde. Ich suche, ich will nicht zurückziehen. Was soll der Scheiss? Wie, Ryan's Time ist mal verarschen. Das geht gar nicht. Ah, nur mit dem Scheiss auf da. Von wegen Rückzug. Ich will keinen Rückzug. Kann ich irgendwie Techniken auswählen. Geht gerade so. Aber irgendwie sonst. Passt nicht gut. Ich hab doch echt... So, jetzt aber. Von wegen Schwanken. Seht ihr den Schwanken? Also ich seh doch nichts. Oh. Hat doch mal doch funktioniert's. Wollte einfach die ganze Zeit nichts machen, ey. Haha, siehst du? Ich hab keine Chance. Äh. Es ist nicht so einfach. Wir haben ihn verabredet. Aber nur für jetzt. Es wird bald reaktiviert. Wo ist Dunban? Er ist weg. Ich kann ihn irgendwo finden. Was? Er ist nicht fit genug, um diese Dinge zu treffen. Ryan, lass uns in den Lappen. Der Lappen? Natürlich. Der Monado ist da. Exakt. Der Monado kann Mekon wegnehmen. Aber das Monado könnte dann, wenn das Leben kosten. Alter Scheisse. D-d-d-d-d-d-d-dеж-d-d-d-d-d-d-d-da-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-dd- d-d. Schöne ich kämpfen! Weglaufen! Mechon Level 6 packt doch eigentlich! Was machst du denn hier? Das ist ein riesen Vieh! Hallo kleiner! Schnell zum Labor! Hier wirst du aber auch ständig unterbrochen, Mensch! Ach man, wie meckerns! Du blasterst, Mechon! Du denkst, du kannst, was du willst in unserer Köln? Der Kölner! Die Leute! Mech, nicht auf diese Position! Hau ab! Hau ab und ich will dich selbst töten! Ha ha ha, was? Was zur Hölle bist du? Ein Mechon mit einem Gesicht? Verdammt! Verdammt! So hoch, Falkenauge! Wir brauchen euch! Wir müssen Metall schneiden! Nein! Nicht der Colonel! Er darf nicht sterben! Was macht der jetzt? Äh... Der hat ziemlich viel Power! Einfach mal so das Teil anheben! Äh... 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 Was war denn das für ein Transformer, ey? Da ist ja Megatron im Dreck dagegen! Alter, habt ihr das gesehen? Menschliche Form auf zwei Beinen und dann plötzlich... Choo-Choo transformiert! Die Mechons! Die Transformers! Die Decepticons! Greifen an! Und wir sind nur Menschen! Ja... Schöne Scheisse! Viel Schrank auch! Zum Labor! Wo war das Labor schon wieder? Ich hab's vergessen! Das ist doch geschüttelt, hallo? Oh oh! Der Colonel! Der Leute! Der Leute! Ich werde alle letzte von diesen verdammten Mechons! Viel Spass dabei! Dann Ben! Wir brauchen die! Wir brauchen das Murado! Mit Schnello! Die Leute werden abgeschlachtet! Der Commander! Der Commander! Gefallen! Im Krieg! Äh, jetzt hab ich gar nicht mitgekriegt! Äh, scheisse! Hab gar nicht hingehört! Wah, Hilfe! Ja, wo geht's jetzt hin? Na gut, ich kann ja auf die Karte schauen! Äh... Wo geht's gar nicht falsch herum? Na toll! Ich hab gar nicht hingesehen! Was da stand? Wo muss ich hin? Ich bin ja auch schlau! Nachts! Das interessiert mich jetzt gerade herzlich wenig! Also hinten durch! Dann hier hoch, oder wie? Nee, geht nicht! Oh oh! Okay! Mal kurz die Karte beäuchseln! Da ist das Labor, das weiss ich! Äh, irgendwie ein Zielort steht hier nicht, oder? Ja, wäre ja auch zu schön gewesen! Äh, doch, hier! Dann wieder zurück, wieso das? Okay, gehen wir wieder zurück! Ähm, ja! Geheimgang könnte mir jetzt da einfallen! Weil eben, wie gesagt, ich hab da gar nicht mitgelesen! Oder ein bisschen noch geflasht von der ganzen Situation hier! Aber gut! Schauen wir mal! Stimmt, da unten! Muss ich mal ein bisschen weiterkriegen? Ist ja mal wieder weg! Es wird wärmer! Das wird heiß. Ohne Scheiss... Äh... Und da sind wir! Nächste Cutscene bitte! Eine Cutscene nach der anderen. Oh oh! Was denn?! Schulk, mehr von drüben! Ryan, es sieht aus, dass du und ich einen Weg durch sie durch sie verletzen. Es sieht aus. Fiora, Ryan und ich werden ein Weg, dann kannst du durch sie durch. Sie können das auch nicht selbst machen. Ich will auch fighten. Geht durch, wir sind gleich hinter dir. Aber Schulk? Ein Jahr vorhin, Dunban und die Defense Force, haben wir hart, um die Kolonien und alle uns, Homs. Jetzt ist es unser turn, um sie zu retten. Bitte, Fiora. Schulk, Ryan! Du siehst nicht so schrecklich. Wir werden nur diese. Schulk, wir werden nicht so schrauben. Okay, ich glaube dir. Geh jetzt, Fiora! Ryan! Hä? Du sieh auch? Natürlich! Sieht aus, dass sie mich gefreut hat. Ich habe dir gesagt. Das sind wahre Freunde, Leute. Das ist einfach nur ein kleines Problem. Ich weiss noch, wo sie hingelaufen ist. Welchen Weg muss er frei kämpfen? Okay. Äh, schwanker geht es sowieso nicht bei denen. Bäm! Äh, bringt gar nichts. Super! Können Sie bitte hier was machen? Okay. Weg frei kämpfen. Ich frage es bloß, wo durch? Ja, geht es sowieso nicht. Was ist jetzt erst? Gart machen, damit das geht? Oder wie sieht es aus? Ja, ist einfach so. Komm schon, komm schon! Umwerfen! Werden wir nicht, aber das geht von vorne machen. So jetzt aber! Komm schon, wir gehen zum... Oah, Mann! So jetzt aber. That was close! Das waren bestere? Bei einer daha semest ف préparati! Bei einer daha semestral kamerasrebbe! Hallo, Kamera? Kamera? Kamera Action? So, jetzt darum. Kann man schon schwanken? Wie, vorbei? Willst du mir verarschen? Rain, du musst es machen! Oh, jetzt gehen sie alle auf ihn los. Vielleicht kann ich ein bisschen Schaden anrichten? Nö, praktisch gar keinen. Komm schon, das kann nicht so schwierig sein. Du, 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 du. Ich muss vorbei leisten und dann schlägt der andere drauf. So war's doch irgendwie. Hä, doch nichts? Komm schon! McConnell 5! Ne, macht überhaupt nichts. Ja, schwanken ansagen, dass wir verarschen? Das geht doch so! Noch umgeworfen. Machtanfällige für Ohmacht. Angel kann nicht ausgewichen werden. Elitner kriegt den Schaden wieder erhöht, okay. Ah, jetzt geht's. Nein, er steht wieder! Scheisse! Komm schon schwanken, geht doch! Let's go! Let's go! Was zum Henker? Die Viecher fallen einfach nicht! Uh oh, das kann ja was werden! B! Lauf hinten bringt's auch nichts. Was besser erwarten! Komm schon, Rain! Da, da ist er! Da ist er! Komm schon! Und jetzt drauf mit dir! Ja! Muss doch gehen, oder? Schwanken! Auch wenn sie das Ziel umwerfen können jetzt ihre Wirkung entfalten! Ja, aber da wär ich schon vorher schon! Da wär ich vorhin schon! Ja, Manni! Ich muss warten, bis die Attacke auflädt! Damit ich einen auch umwerfen kann! Das muss irgendwie möglich sein! Ja! Komm schon, das schaffen wir! Ja! Ja! Jetzt bringt dich mal um, ey! Ich bring ihn doch ständig zum Schwanken! Hallo! So, jetzt wär er voll drin! Und, ist er jetzt down? Ja! Ja, er ist down! Endlich! Weiß noch, die auch noch dabei! Das gilt's ja einfach nicht, ey! Ein Macher nach dem Anderen! Nein! Ach, verdammt! Der Arscher generiert sich auch noch! Gibt's ja wohl nichts! Komm schon! Oh! Die T-Man zeigt jetzt voll! Nein! Bringt alles nix! Bringt nix! Spannung pur! Spannung pur! Auch dann erlangen sie mal etwas! Heal! Yeah! Komm schon, Schwanken! Bring ihn um! So, jetzt aber! Ah! Endlich geschafft, ey! Meine Fresse! Das Timing, ey! Von mir und Julg! Äh, von Julg und Wayne, meine ich! Ja, geschafft! So, Katzin, wo bleibst du? Spiel abgestürzt? Nö, Gott sei Dank nicht! Das war ein knappes Mal! Du warst niemals mit diesen Sachen! Du gehst! Ich werde mich hier beinhalten! Du gehst! Du hast mich zu schmerzen! um mich zu überzeugen! Und erzähl mir über das! Ah! 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 Ja! Das war saumässig knapp! Ah! Das ist ja Gott, Seidank! Oh, yes! Und zwar sowas von! Alter Schweden, jetzt wird's geil! Jetzt zum Schwanken! Oh, noch ein grosser mit der L6! Und ich gerade, soll ich nachher... Ja, vielleicht nachher die drei... Das ging ja schnell! Darf ich gleich mal ausreden? Ich wollte gerade fragen, ob ich die Gruppen-Leiste einsetzen soll, aber nicht! Oh, das Kämpfen höre nicht auf, Freunde! Ich glaube, diese Invasion der Mekon wird noch eine Weile dauern! Die Hatta, aber nicht das, was ich denke, dass sie vorhat, oder? Na, egal! Leute! Äh, hallo? So, jetzt aber... Leute, die sind mal super spannend und so alles weiter, aber jetzt muss ich endlich mal beenden, weil es ist mittlerweile morgens um zwei oder so, und ja... Ich muss langsam mal ein bisschen schlafen machen, zur Arbeit, also! Es geht spannend weiter hier bei Xenoblade Chronicles! Die Frage ist bloß, wie lange hält der es durch? Und vor allem, wie geht's Fiona? Und wenn wir alle überleben? Und, und, und... Es gibt so viele Fragen, aber eines ist sicher, die Story geht jetzt so richtig episch weiter! Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal! Tschau zusammen! Zusehen und bis zum nächsten Mal!